Wie, wie das? Bist du toll? Wer hat dir den Verstand verwügt? Das dachte ich wohl, dass du so ungeschickt. Sprich, was ich mit dir machen soll, verkehr ich dich in Raben. Soll ich dich schinden oder schaben? Ach, plage mich doch nicht so sehr, es fiel mir ja also in mein Gehirn. Sieh da, so sollst du Esels Ohren haben. Das ist der Lundes wollen die Begierigkeit. Ei, warum hast du diesen Streit auf leichte Schultern übernommen? Wie ist dir die Kommission so schlecht bekommen? Das ist der Lundes wollen.